Eine Sensation, Stabach Shemulad heute. Ihr wisst nicht, was für heute ein wichtiger Tag ist, Stabach Shemulad. Wir beginnen heute den vierten Kapitel. Wer hat das sich vorstellen können? Den vierten Kapitel von Sprüchen der Väter, Pirke, Abot oder Rabach. Vierter Kapitel von den Sprüchen der Väter beginnen wir heute. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr fröhlich und wir beginnen. Erster Kapitel, erste Mishnah vom vierten Kapitel, Pirke, Abot, Sprüche der Väter. Ich leze auf Hebräisch und dann übersetze ich auf Deutsch. Ben Zoma'a Omer, Eze Uchacham, Halomed Mikol Adam, Schneemar Mikol Melamda Iskalti, Ki Edmotecha Sichali. Boge, oi, ezehu Gibor, Akku Veshet Yitzro, Schneemar, Tobár Echa Paim Yigibor, Und Maushal Berucho, Milochet Ir. Ezehu As云, Assemach Wachemko, Schneemar Jegaat Kafecha, Ki Tukhel, Eschercha, PETOVLACH. Die Antwort ist derjenige von jedem Menschen, was lernt. Die Antwort ist derjenige von jedem meiner Lehrer, was lernt, denn deine Wörter sind für mich das, was ich immer spreche. Die Antwort ist derjenige von jedem Menschen, was lernt, was lernt. Die Antwort ist derjenige von jedem Menschen, was lernt, was lernt. Die Antwort ist derjenige von jedem Menschen, was lernt. Die Antwort ist derjenige, der die anderen, die Lebewesen, ehrt. Denn es wird geschrieben, Eine wunderschöne Mischnah mit einer großen Lehre. Ben-Soma, wer war das? Warum wird er da hier und in der nächsten Mischnah, Ben-Azai, das sind zwei Tanaim, die eigentlich gar nicht mit den Vornamen genannt werden, sondern nur mit den Namen ihrer Väter. Der Sohn von Soma und der Sohn von Azai. Sagt Rasche im Talmud Kiddushin, Seite 49, dass die beiden, Ben-Azai und Ben-Soma, ihr Vornamen wirklicher war, Shimon. Rabbi Shimon Ben-Azai, Rabbi Shimon Ben-Soma. Aber, weil die beiden, sie waren noch nicht verheiratet, sie waren jung und sie wurden nicht befugt. Sie haben kein Befugnis bekommen vom Rabbinat, ein Rabbiner zu sein. Deswegen wurden sie nicht genannt mit ihrem Namen, sondern nur Ben-Soma oder Ben-Azai im Namen ihrer Väter. Und sagt Rasche, In ihrer Zeit gab es niemanden, der in ihrem Niveau war, in der Angelegenheit der Tora. Er sagt, sie sind auch früh gestorben. Und deswegen sind sie noch nicht dazu gekommen, dass sie Rabbi genannt werden. Das heißt, sie sind noch nicht befugt worden, Rabbi genannt zu werden. Das ist nicht so wie heute, 2017. Ein bisschen zwei Tage Bart wachsen hast und sagst, du bist schon der Rabbiner. Der Rabbi, Falonche, Falonche, Eif. Nein. Sondern, waren groß, aber erst nach der Hochzeit kann man beginnen, dich überhaupt zu prüfen. Noch eine Zwischenlehre in Klammer, sage ich da. Du kannst groß sein, du kannst gescheit sein, du kannst der beste Rabbiner sein, alles Mögliche. Aber wann ist die wahre Prüfung? Nicht, wenn du Single bist und dein eigener Chef bist. Das ist keine Kunst. Ich will dich sehen nach der Hochzeit. Wenn du verheiratet bist und du hast jetzt die Last einer Familie zu tragen, uh, da wollen wir dich sehen jetzt, was für ein Mann du bist. Da wollen wir sehen, was für ein Zadik du bist. Kannst du wirklich im selben Niveau bleiben als Verheirateter? Ja, das heißt, erster Grund ist warum, weil sie waren jung, sie sind jung gestorben und deswegen, sie sind noch nicht gekommen, die Smecha, die Befugung, sie haben noch nicht bekommen, deswegen hat man sie nicht Rabbi genannt, sondern nur mit dem Vatersnamen. Obwohl eigentlich im Talmud Chulin, Seite 83, dort werden sie genannt. Rabbi Shimon ben Zoma, Rabbi Shimon ben Azai. Trotzdem, Maral sagt, einen anderen Grund. Maral sagt, wieso werden sie nur mit dem Namen ihrer Eltern genannt? Weil die beiden, die sind von jung, sehr, sehr jung, sind sie in die Yeshiva gekommen. Wenn normalerweise jemand kommt mit 13 in die Yeshiva, die waren schon mit 4, 5 Jahren in der Yeshiva, die waren sehr gescheit und die Gelehrten zu dieser Zeit, sie kannten diese Kinder nicht, weil sie diese Kinder und sagen, ah, das ist der Sohn von, der Sohn von und deswegen, der Name ist geblieben, Pserifalonsche, der Sohn von das, der Sohn von jenes und Dizanam ist, nachher, so geblieben. Arambam schreibt über sie, über Ben Zoma jetzt, Der Junge, der noch nicht befugte, Rabbi Shimon ben Zoma, er war in so einem Niveau, er war gut genug, dass ganz Israel ihm dienen sollte. Er war ein einzigartiger in seiner Generation. Deswegen im Talmud, Brachot, Seite 57b, dort einige Seiten, wo es über die Träume, Deutungen, geschrieben steht, steht geschrieben, Arue Ben Zoma, wenn jemand diesen Rabbiner Ben Zoma im Traum sieht, Es wartet auf dich, die Weisheit, er war ein Symbol der Weisheit, Ben Zoma. Und auch wir haben in der Gadaschel Pesach, Rabbi El Azar ben Azaria, er hat gesagt, die Lehre von dem, dass man den Ausflug aus Ägypten auch in der Nacht sagen soll. Und dann sagt er, Ja, das heißt, dort noch eine zusätzliche Lehre, das man auch am Abend erwähnen soll, den Ausflug aus Ägypten. Rabbi El Azar ben Azaria, älterer, weiser, großer Zaddik, großer Rabbiner, hat versucht, die Rabbiner zu überreden. Ja, es gibt die Lehre, dass man, man hat nicht auf ihn gehört, bis gekommen ist, Ben Zoma, und gesagt hat, Ja, ja, Lerabot halelot, dass man auch in der, Kol yemecha jecha, Yemecha jecha hemmim, Kol yemecha jecha, Lerabot halelot. Und deswegen, im Talmud Zota, seit den 49, steht geschrieben, Mishemet Ben Zoma, Batlua Darchanim. Ab dem Zeitpunkt, wo dieser Rabbiner, Ben Zoma, als er gestorben ist, gab es schon keine Prediger mehr. Es ist nicht schön zu reden, Darchanim. Er war ein Einzigartiger. Und was sagt er uns? Er bringt uns hier vier Eigenschaften. Vier Sachen bringt er uns hier. Und jeder von diesen vier Eigenschaften, er sagte, Es ist nicht so, wie du denkst. Das ist nicht so wie das. Und das ist nicht so wie das. Und jedes ist nicht so wie das. Wieso ausgerechnet diese vier Sachen? Was haben wir da gebracht? Weise, Chacham, dann Gibor, Starke, Aschir, Reiche und Mechubad, der Geehrte. Warum nur diese vier Sachen hat er uns niedergeschrieben? Es gibt viele. Er könnte genauso fragen, Esu Anab, wer ist der Bescheidene? Esu Tzadik, Esu Chassid. Nein, nein. Ausgerechnet diese vier. Warum ausgerechnet diese vier? Weil diese vier Sachen, das sind die Sachen, die eigentlich die Mehrheit der Menschen nach diesen vier Sachen streben. Jeder versucht, gescheit zu sein. Jeder versucht, reich zu sein. Jeder versucht, stark zu sein. Jeder versucht, geehrt zu sein. Deswegen sage ich dir, Moment, das sind die Sachen, die normalerweise die Menschen danach streben. Aber die meisten auch suchen sich in falschen Richtungen, wie man diese vier Sachen bekommt. Und deswegen hat er uns diese vier aufgeschrieben. Dasselbe, eigentlich auch über diese Sachen, hat auch der Prophet Jirimiya schon geschrieben. Im Namen Gottes. Prophet Jirimiya, im neunten Kapitel, Passuk 22. Und so sprach der Ewige. Der Weise soll sich nicht wichtig machen mit seiner Weisheit. Und der Starke soll sich nicht wichtig machen mit seiner Stärke. Und der Reiche soll sich nicht wichtig machen mit seinem Reichtum. Was denn? Mit dem sollst du dich nicht wichtig machen mit der Leila sich zeigen Rühme mit dem sollst du soll soll man sich rühmen Haskel der Dorthi dass du Gott weißt und seinen Wege gehst. Aber da fehlt noch eine Eigenschaft. Eine Sache fehlt dir. Was war das? Könnt ihr euch noch erinnern? Nicht aufgepasst. Die Ehre warum hat der Prophet diese eine die Ehre ausgelassen? Wenn wir so sehen eigentlich diese drei Sachen sind eigentlich der Zweck für die Ehre. Ich bin weise damit alle mich ehren. Ich bin reich und ich bin stark. Im Ende man will zu dem Ruhm der Ehre kommen. Das heißt sind es eigentlich diese vier Sachen schlechte Eigenschaften oder gute Eigenschaften. Wir sehen im Talmud Naderim Seite 38 wenn jemand ein Prophet sein will wenn jemand ein Prophet sein will dass Gott seine Heiligkeit über ihm schweben lässt steht geschrieben wieder diese vier Sachen fast diese vier Sachen Gott seine Göttlichkeit Schrina liegt über niemanden sondern nur über jemanden der ist stark reich weise und nicht geehrt sondern demütig demütig das heißt Stadt der Ehre hat er hier gebracht demütig das ist eigentlich eins mit dem anderen derjenige der demütig ist willst du dass man dich ehrt ein kleiner Tipp sei demütig mach dich nicht wichtig normalerweise die Wichtigmacher die ich ich Papa normalerweise das sind die Leute die jeder in seinem Inneren in seinem Herzen verspottet schau dir einen Trottel an schau was sich wichtig macht jeder normale Mensch macht sich sowieso lustig über diese die sich wichtig machen aber die spielen manchmal mit ja ja Joho und Wotakur du bist ein ja so weiter warum ausgerechnet diese vier Sachen weil normalerweise genau diese vier Sachen sind genau umgekehrt umgekehrt und anders als das was wir uns vorstellen wie wir das bekommen normalerweise wenn du fragst jemanden wer ist der der Starke dann wirst du immer sagen der Starke jemand der solche Muskeln hat jemand der aufheben kann und jemand der einem anderen niederschlägt das ist der Starke wer ist der Reiche nun man sagt heute ist Birkat Amazon ja Amazon ist heute der Reichstimmer ja Birkat Amazon der Tora die Bracha von Amazon ist ein von der Tora und der reiche Mann der so und so viele Milliarden in seinem Konto hat ja wenn du fragst wer ist der Reiche normalerweise das ist das unsere Vorstellungen so viele Milliarden so viele Trill Trill wenn du sagst wer ist der Weise wer ist der Gescheiteste jemand dem niemand was beibringen kann jemand der nicht mit jedem redet das ist der Weise sagt uns da genau umgekehrt wenn du mal genau umgekehrt wie unsere Vorstellungen für diese vier Sachen sind erklärt uns auf dass mein Lieber du willst diese vier Sachen bekommen es gibt einen anderen Weg nicht so wie du es denkst und ich beginne jetzt mal mit den Weisen wer ist der Weise als allererstes der Weise wichtiger Punkt der Weise ist jemand der versteht dass er immer noch etwas zu lernen hat das ist einmal die Basis wenn jemand sagt ich weiß eh schon alles ich kenne mich am besten aus das ist mit anderen Wörtern der größte Trottel Weisheit ist etwas Unendliches besonders die Weisheit der Tora es beginnt wenn du einmal beginnst je tiefer du gehst du siehst desto weiter bist du entfernt desto weniger weißt du und deswegen normalerweise wenn jemand sagt ich weiß eh schon alles dann kannst du schon den vorhin wissen er weiß gar nichts die Sonne jemand sagt die Sonne ist so klein schau ich kann sie jetzt mit der Hand kann ich sie jetzt bedecken aber in wirklich die Sonne so groß sie ist aber je weiter du entfernt bist desto kleiner schaut sie aus das ist auch genau das mit der Weisheit und also als allererster sagt er dir bezüglich der Weisheit wer ist der Weiser das ist derjenige der nicht hochmütig ist und derjenige wie man richtig die Weisheit lernen kann ganz am Anfang das ist du musst die Weisheit schätzen du musst wissen wie wichtig die Weisheit ist und wenn du sie schätzt dann wird es dir nicht peinlich sein wenn du als großer Professor als großer Gelehrter dass du auch von einem vier fünfjährigen etwas lernen kannst wenn er etwas sagt dann machst du deine Ohren auf vielleicht kann ich von dem auch etwas lernen denn einen Satz den kann man den kann sich jeder vielleicht als Status aufschreiben derjenige der nicht weiß dass er nicht weiß er wird nie wissen nur derjenige der weiß dass er nicht weiß hat eine Chance zu wissen ach er sagt Status derjenige der nicht weiß dass er nicht weiß er wird niemals wissen aber nur derjenige der weiß dass er nicht weiß hat eine Chance vielleicht etwas zu wissen goldene Wörter derjenige der nicht weiß dass er nicht weiß er wird niemals wissen aber nur derjenige der weiß dass er nicht weiß hat eine Chance vielleicht etwas zu wissen goldene Wörter der Botei sich das merken einer der größten Probleme von den Leuten dass sie nicht wissen dass sie nicht wissen einer der Hauptprobleme du sagst sie komm ich zeige dir den Weg aber ich kenne mich aus und bei der Weisheit sie wird nicht geschätzt und gestuft laut der Menge wie viel du weißt sondern laut wie viel du sie schätzt wie sehr du die Weisheit schätzt laut dem wird die Weisheit geprüft wie weiser du bist oder nicht nicht wie viel Informationen du da drinnen hast sondern wie wertvoll für dich jede einzelne Information ist und wenn sie für dich wertvoll ist einen Diamanten der ein paar Millionen wert ist macht es dir aus von wem du es bekommst von einem kleinen Kind oder von einem Professor nein es ist was wertvolles und egal wer es mir gibt auch von einem kleinen Kind werde ich diesen Edelstein nehmen dasselbe mit der Weisheit wenn du weißt dass die Weisheit etwas Wertvolles ist dann ist es dir egal von wem sie kommt und auch wenn ein kleines Kind und sogar wenn ein Dummer dir etwas sagt von dem du was lernen kannst auch das von dem werde ich was lernen deswegen bei was was ist die höchste der Titel von einem gelehrten bei uns im Judentum was ist der Titel von einem gelehrten von einem rabbiner wie nennt man den verbrecht Talmid Chacham ein Schüler des gelehrten ab Chacham vielleicht sagen dass ein weiser ist Talmid Chacham jeder rabbiner oh einer das ist ein Talmid Chacham das ist ein wie übersetzt ist immer ein gelehrter aber wörtlich übersetzt Talmid Chacham ein Schüler ein weiser Schüler Talmid Chacham ein weiser Schüler also wir sehen da bei der Weisheit wenn du sie schätzt egal wie viel du lernst und du lernst und du lernst von jedem der kommt von jedem der kommt wir haben gegeben als Beispiel sogar von kleinen Kindern was er war war er melech haolam scha kol ne ab lo am amen we haben gegeben als Beispiel kleine Kinder aber wenn der Tanne uns hier sagt esu chacham halomet mikol adam jemand der lernt von jenen Menschen jeden Menschen meint man hier mit jeden Menschen sogar einen Bösewicht einen Rasha ach was soll ich von einem Rasha lernen was gibt vom Rasha zu lernen Bösewicht aber es gibt im Talmud Barachot Seite 7 da gibt es eine da wird die Menschheit in vier Kategorien geteilt erste Kategorie ist Tzadik Vetovlo dann Tzadik Veralo dann Rasha Vetovlo und dann Rasha Veralo übersetzt erster ein gerechter ein guter Mensch gerechter dem es gut geht dann gibt es einen guten dem es schlecht geht dann gibt es einen bösen dem es gut geht und einen bösen dem es schlecht geht halomet mikol adam von jedem Menschen dass du was lernst von jedem von diesen Arten wenn du weise bist dann wirst du von jedem von diesen Arten wirst du lernen ok bei einem Tzadik Vetovlo logisch einen guten dem es gut geht daraus lerne ich da kann ich lernen uh schau geht es gut ich will dass es auch mir gut geht einen bösen dem es schlecht geht auch das ist gut auch daraus lerne ich was für mich es zahlt sich nicht aus böse zu sein einen guten dem es schlecht geht ist schon ein bisschen schwieriger zu verstehen es geht ihm schlecht aber da kann man sagen ich werde daraus lernen dass Gottes Wege verborgen sind und ich kann sie nicht verstehen es ist aber wenn du hast nachher den vierten einen bösen den es gut geht macht das ganze böse und es geht ihm gut er schwingt ihm gesund wie ein Stier alles geht ihm gut er macht alles Schlechte was er machen kann und es geht ihm trotzdem gut was soll ich davon diesen einen Tschiko lernen ja 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 es gibt einen mit rasch den haben wir schon mehr mal erzählt über Yoseben 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 war ein großer Tzaddik er war ein großer Tzaddik er war der Nesias Sanedrin der Omer Rabbiner und er war in der Zeit noch von den Paaren so gut wo die ersten Tanaim zu dieser Zeit war ein Verbot der Regierung man durfte nicht Torah lernen und er große Tzaddik er wird sich von dem was schreiben verboten nicht verboten Torah muss weiter lernen so wie Talmud 60 mit Rabbi Akiva Papus war auch ein Verbot er sagt ihm du Rabbi Akiva es ist verboten Torah zu lehren und du nimmst Tora und gehst überall und lehrst Torah sagt ihm Rabbi Akiva diesen Papus sagt Papus Papus über dich sagt man dass du ein großer weiser gescheiter Mann bist im Scholecha Masha Le Ma da war ein Beispiel für was es gleicht es gab einen Fuchs Schoal der am Ufer gegangen ist der Donau geht am Ufer vorbei und er sieht ins Wasser er sieht dort Fische schwimmen hin und her er fragt sie was schwimmt sie was ist die Panik was ist los oh wir haben Angst von was habt ihr Angst die Menschen die bringen Netze und mit diesen Netzen sie fangen und nachher machen sie Jesus sagt oh ich habe für euch einen guten Vorschlag was haltet ihr davon wenn ihr jetzt raus kommt vom Meer und wir werden gemeinsam leben wir machen einen Friedensprozess ein Friedensprozess und so wie unsere Eltern gemeinsam gelebt haben wenn wir gemeinsam leben was halten sie davon sagen ihnen die Fische ey Schuhal Schuhal du solltest eigentlich man sagt über dich dass du der schlaueste der schlaue von den Fischen bist du bist nicht schlau sondern dumm da am Wasser am Platz unseres Lebens haben wir Angst außerhalb des Wassers wir sind nicht mehr im Platz unseres Lebens umso mehr dass wir Angst haben sollten sagt Rebek mit der Tora gibt es solche Beschlüsse über uns man will uns töten verboten der Tora gibt es diese schrecklichen Sachen mit der Tora ist es du willst ohne Tora das heißt du willst uns von unserem Sauerstoff von unserem Leben willst du uns entfernen dann wird es doch schlimmer sein das war mit der Bege in Josep 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 er man hat ihn erwischt dass er Tora gelehrt hat er hat große Schurim gemacht man hat das aufgenommen live übertragen hat man diese Schurim und plötzlich kommen nachher Soldaten Hallo du hast eine große Sünde begangen und deswegen Hinrichtung man nimmt ihn fest und zusammen auf einem Pferd und auf dem Weg zur Hinrichtung auf dem Weg kommt sein Neffe Jakob ist Rolot sein Neffe war Bösewicht er war jemand der mit dem Feind gearbeitet hat und er war jemand der wie sagt man das im Sprach Stinker jemand der seine Brüder immer gesagt hat ok dort lebt man Tora da Petzen Petzen ja mal Stinker er war jemand der verraten hat seine Brüder ein Verräter ein Verräter und er weil er ein Verräter war hat die Leute verraten überall wo was gemacht wird deswegen von der Regierung hat er bekommen ein Pferd er bekommt ein Pferd und er trifft seinen Onkel auf dem Weg zur Hinrichtung er sitzt auf seinem edlen Pferd und er sieht seinen Onkel gefesselt auf einem anderen Pferd sagte ihm Rebbe schau ich reite auf einem Pferd und du reitest auf einem Pferd zu deinem Onkel schau was für ein Pferd mir mein her gegeben hat Luxus Pferd SL600 oder irgendwas was für ein Esel was für ein Pferd mir mein her gegeben hat und schau was für ein Pferd dir dein her gegeben hat er wollte sich ein bisschen lustig machen über ihn schau dein Gott was für ein Pferd du wirst hingerichtet ich habe meine Chicos und sie zahlen mir noch Geld dafür sagte ihm für diejenigen die Gott ärgern die bekommen so ein Pferd sie werden so belohnt hier auf dieser Welt diejenigen die Gottes Wege gehen umso mehr was für eine große Belohnung auf sie warten und dann sagte ihm aber du hast so viel Tora gemacht du bist ein Tadik und du bekommst nachher so eine Strafe sagt er wenn jemand der seinen Wege geht und vielleicht da und dort ein bisschen kleine Fälle gemacht hat bekommt er so eine Strafe die jenige so wie du die nicht seinen Wege gehen was für eine Strafe nach auf dich wartet er hat es gesehen von beiden Seiten und diese Sachen geschrieben sind eingedrungen in ihm wie ein Gift einer Schlange ganz gebrannt in ihm er hat nach Tshuva und Selbstmord was man nicht machen darf dass niemand auf falsche Gedanken kommt er hat Tshuva gemacht Selbstmord gemacht und eine Stimme von ihm ist gekommen und hat gesagt er hat einen Teil in ins Paradies bekommen er hat es unbewusst gemacht mit Tshuva vier Todesarten hat er sich selbst gemacht als Wiedergutmachung heute darf man das nicht machen ich betone noch einmal dass niemand auf falsche Gedanken kommt man sagt uns dass er nach gekommen ist ins Paradies noch vor seinen Onkel Yoseben Yohannad Yoseben Yohannad das heißt du siehst da auch von den beiden auch von Sadiq Veralo Verashab Betoglu auch von denen kann man etwas lernen aber außerdem in der Torah geschrieben über Jakob Avenu Jakob Avenu war bei seinem Schwiegervater wie war sein Schwiegervater unser Großvater ist unangenehm über einen Großvater zu reden aber Lavant das war Schwiegervater von Jakob und er hat ihn reingelegt hin und her und dort hat ein schweres Leben dort gehabt und dann vor der Begegnung mit Esav sagt Jakob zu Esav schick seine und sagt Esav Im Levan Gart 613 613 Ich habe mit Laban gelebt und 613 Gebote eingehalten und dann Und ich habe nicht gelernt von seinen schlechten Taten. Von Labans schlechte Taten habe ich nicht gelernt. Was interessiert jetzt Esab, ob er von Laban was gelernt hat oder nicht. Und Jakob deswegen hat auch Angst gehabt. Warum? Er sagt, er hat bei Laban gelebt. Laban war ein Bösewicht. All das, wie man jemanden reinlegen kann auf jede Art und Weise, das war bei Laban drinnen. Außer seinem Namen war er ganz schwarz. Alles original schwarz. Und er war bei Laban. Er sieht, wie Laban seine faulen Tricks macht. Zum Beispiel, er sieht, Laban ist in einem Bar oder in einem Kaffeehaus, sitzen dort und die spielen Chezbesch. Ah, Chezbesch kennst du? Die nehmen Chezbesch, Laban nimmt diese Würfel und unter die Achsel da und der Achsel dort. Vielleicht, er denkt sich, von den Achseln kommt vielleicht, was kommt von den Achseln? Nur Schweiß und Geruch. Aber er dachte, es kommt von den Achseln vielleicht in dein Glück. Schmeiß. Er bestellt plötzlich von dem Kellner dort, Chico, gib mir einen Kaffee bitte. Leg den Kaffee und spielt weiter, spielt weiter Tag. Nein, hier, das, hier, dort und das. Reige dich. Nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, hey, Chico, wo ist mein Kaffee? Sagt er, ist schon eine halbe Stunde, steht es vor dir, dein Kaffee ist in dir. Ah, da, er nimmt, ist kalt. Nein, nein, ist kalt, bring mir ein neues Kaffee, dann nimm es weg. Ein anderes. Spielt weiter, tschak, 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 tschak. Wieder nach einer Stunde, Chico, wo ist mein Kaffee? Ich sage, ich habe dir einen zweiten schon hingelegt. Er sieht, wieder kalt. Geh mir ein neues Kaffee. Er war so in diesem Scheschbesch, in diesem, seine Feuerstieg, war er so drinnen. Er hat nicht einmal bemerkt, dass sein Kaffee kalt wird. Jakob sagt, im Lavandgarten, ich habe mit Lavand gelebt, aber ich habe Angst, was? Ich habe nicht gelernt von seinen schlechten Taten. Er hat seine schlechten Taten so mit, mit voller Energie, mit, er hat nicht einmal bemerkt, wie sein Kaffee kalt wird. Aber ich, wenn ich die Mitzworte führe, wenn ich Torale, eine Schiur, ich habe vor mir Kaffee, ich warte, bis es kalt wird, ja. Und dann, ich vergesse nicht zu trinken. Ich vergesse nicht, ich sage, das war mein Fehler. Ich habe zwar mit Lavand gelebt, ich habe seine schlechten Sachen gesehen, aber ich habe nicht von seinen schlechten Sachen gelernt. Das heißt, wir sehen da, sogar von den schlechten Sachen, du siehst bei jemandem was Schlechtes, sogar von dem sollst du was lernen, wenn du weiser bist. Sogar von dem sollst du was lernen. Schau, wo gibt es da was, kann ich von jeder Sache was lernen. Oder, es wird geschrieben, über David der Melech, König David, König David, Und dann eines Tages, er geht und er sieht immer Schafhirte und er, ein kleines Schäfchen ist von seiner Herde rausgegangen, kommen drei Löwen, Vater und zwei kleine Kinder und greifen diese Schäfchen an, nicht nur das, die haben schon im Mund gehabt. Da wieder Melech kommt, er schlagt diese drei Löwen zusammen und nimmt, rettet dieses Schäfchen. Nachher geht er weiter, plötzlich kommen nachher noch Bären, versuchen diesen Schaf zu schnappen. Er befreit auch von den Bären diesen Schaf. Und er sieht, Moment, ich bin ein Schwächling und es kommen Löwen, Bären und ich habe die niedergeschlagen und diese Schäfchen gerettet. Gott will mir David irgendetwas sagen. Ich weiß zwar nicht was, aber ich muss daraus irgendeine Lehre lernen. Was lerne ich davon? Nicht viel nachgedacht. Er hat das Schäfchen geschlachtet, Fleisch gegessen, verteilt und aus dem Fell von diesem Schaf hat er sich eine Jacke gemacht. Moderne Bombenjacke, solche Gründer. Hat er gemacht und die ganze Zeit ist er mit dieser Jacke gegangen. Warum? Es muss irgendeine Lehre mit diesen Schäfchen sein. Sommer, Winter, kalt, heiß. Er hat immer diese Jacke angehabt. Warum? Ich muss daraus irgendwas lernen. Ich weiß aber nicht was. Bis wann war das? Bis Goliath. Goliath kommt, der große Goliath. Wie groß war er? Sechs Elen groß. Sechs Elen groß. Was ist Sech Elen groß? Amut Haschmal. Sechs Elen, drei Meter groß. Goliath, voll gepanzert, ganz groß. Da wieder Katan, der kleine David, sieht das Hund. Er sagt zum König Schaul, König, ich gehe, ich mache ihn fertig. Wer ist dieser Hund? Diesen Hund werde ich auch fertig machen. Er sagt ihm, König Schaul, pass auf, du bist so ein Kleiner und er ist so ein Großer. Passt nicht, du wirst es nicht schaffen. Er sagt ihm, ich werde es schaffen. Er sagt ihm, er erzählt ihm, ich war Schaum vierten und dann, es ist gekommen, ein Löwe und er hat genommen Sech. Was ist ein Sech? Sech ist ein Schaf. Er sagt, er ist gekommen und er hat ein Schaf genommen von der Herde. Und ich habe die Löwen, ich habe die Bären fertig gemacht. Und dieser Hund wird genauso enden wie sie. Das ist das, was geschrieben steht. Aber es steht, statt Se, steht in der Tora geschrieben Se. Ja, bei Minnavi, im Buch Schmuel steht geschrieben, statt Se, steht geschrieben Se. Und das ist ein Kri-Ungtiv. Wir haben sehr viel in der Tora. Es wird so geschrieben, aber so gelesen. Se, das ist einer der Punkte, Kri-Ungtiv. Es wird so geschrieben, Se, aber gelesen, Entschuldigung, Se, aber gelesen Se. Was sagt er ihm, weil ich sah, Se, Minnavi, Se, er zeigt auf diese Jacke, er sagt, siehst du diese Jacke? Die Löwen wollten das, diesen Schäfchen wollten sie nehmen. Und ich habe das Schäfchen befreit und deswegen war das immer an mir, warum? Weil ich musste daraus etwas lernen. Und die Lehre ist jetzt gekommen. Die Lehre ist jetzt gekommen, dass ich habe jetzt gelernt, warum Gott mir diese Löwen und diesen Bären geschickt hat. Warum? Damit ich daraus lernen kann, dass ich sogar diesen Goliath noch fertig machen kann. Oder Mordechai und Esther. Esther, Zaddecke, Zadika. Und sie wird genommen von Achashverosh. Achashverosh, der König Achashverosh. Sie wird genommen, Purim, ja. Sie wird genommen von Achashverosh und Mordechai. Und Mordechai mit der Lech bei Chatzar Betanashim. Mordechai. Er geht, spazieren die ganze Zeit in Chatzar Betanashim. Dort, wo die Frauen des Königs sind. Haarlem, ja? Nicht Haarlem. 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 Haarlem, wo die Frauen vom König sind. Und dort, Mordechai, Azadik, der große Rabbiner, der große, wo spaziert er dort? Haarlem. Ja, dort, wo die Frauen sind. Haarlem. Haarlem. Passt nicht. Der große Rabbiner mit dem langen war. Dort, wo die Frauen sind. Haarlem. Die Leute können nachher reden. Was macht er dort? Aber Mordechai sagt, Moment. Ich kenne Esther. Ich weiß, sie ist eine Zaddecke. Sie ist eine sehr weise. Zadika. Die hat keine Sünden. Wie kann es sein, dass sie von so einem Tammel, unreinen, von einem Akashverosh, wird sie genommen? Da muss irgendwas dahinterstecken. Nicht umsonst ist sie hier. Und deswegen Mordechai geht hin und her. Jeden Tag ist er dort in diesem Betanashim. Warum? Um zu sehen, was passiert. Et schlom Esther, umaye aseba. Ladat et schlom Esther. Wissen, wie es Esther geht? Und umaye aseba. Was wird mit ihr geschehen? Es muss mit ihr irgendwas geschehen. Nicht umsonst ist sie hier. Diese reine Frau in diesem unreinen Platz. Nicht umsonst ist sie hier. Es hat einen Grund. Ich weiß es nicht. Deswegen geht er hin, um zu sehen. Bis nachher plötzlich. Er hört, wie man Akashverosh stört. Und dann sagt er, jetzt ist die Zeit. Wer weiß, ob du nur deswegen dahergekommen bist. Geh jetzt zum König und bitte um dein Volk. Auch da, Mordechai hat etwas gesehen. Und die Lehre daraus gelernt. Aber nicht gleich am Anfang. Er hat dort gewartet. Geblieben. Warum? Ich muss daraus irgendwas lernen. Das bedeutet, du siehst sogar von Sachen. Es ist schon passiert. Aber jede Sache, die passiert. Jede Sache, die du vor deinen Augen jetzt hast. ist eine indirekte Lehre von dir. Nur, du musst der Chacham, der Gescheiter, der Weise sein, um zu wissen, was lerne ich daraus. Warum hat Gott mir jetzt genau dieses Bild davor gebracht? Aber ich sage das, was er sagt. Er sagt. Er ist der weiß der, der lernt von jedem Menschen. Was ist Adam? Adam sind die Buchstaben. A.D.M. A.D.M. über den Pesuk. Adam, der Mensch soll ein Opfer darbringen. Im Buch Vajikra. Dort schreibt der Beneschrei, er zitiert den Talmud, zur Taseite 5. Dort der Talmud sagt, der Mensch soll nicht hochmütig sein. Gaba passt zu niemandem. Womit machst du dich wichtig? Warum? Der Mensch als Mensch, Adam. Was sind die Anfangsbuchstaben von Adam? Adam, Efer, Dam, Mara. Das heißt, Efer ist Staub. Dam, Blut, Mara, Säure, diese Magensäure. Im Endeffekt, der Mensch, was ist der Mensch? Blut, das am Endeffekt stinkt. Staub, das am Endeffekt nichts wert ist. Mara, Säure, das ist der Mensch, ist im Endeffekt sowieso nichts wert. Blut, machst du dich wichtig? Und deswegen. Esu, Hacham, Hallomed, Mikol, Adam, dass du sogar von diesem Adam, von diesem Aleph Dalet Mem, dass du lernst, dass du nicht hochmütig sein wirst, das ist der große, gescheite Mensch. Das war die erste Sache. Esu, Hacham, Hallomed, mit Mikolat Adam, manchmal Leute sagen, ich gehe nur zu den großen Professoren, also Professoren, ich gehe nur zu den großen Rabbinern, dort kann ich was lernen. Aber dort irgendein kleiner Freund von mir jetzt, die wird auf dem Weg reden, von ihm soll ich was lernen? Nein, sagte der Mischna, pass auf, von jedem Einzelnen, von dem ganz Kleinsten, bis zu dem ganz Größten, immer kannst du was lernen. Und wenn du überall bist und schaust, wo kann ich etwas lernen? Und überall, wo man was lernen kann, bist du dort der Erste? Das heißt, du bist jemand, der die Weisheit schätzt und ihn, mit anderen Wörtern, dich kann man schon als Weise nennen. Aber wenn jemand, heute gibt es Champions League, heute gibt es das und nicht immer kann er kommen und bei jeder kleinen Gelegenheit schaut er, dass er irgendwie abweicht. Oder wenn er schon da ist, dann schaut er, was gibt es Neues im Handy oder was sagt mein Nachbar darüber oder das, pratscht hin und her, oh, das ist nicht. Das zeigt nur, dass du die Weisheit nicht genug schätzt. Es zeigt, dass du, Moment, mit dann noch ein zusätzliches Wort kann ich vielleicht noch etwas Weises lernen. Nächster Punkt. Haben wir gesagt, Esu Chacham, Aloment Mekor Adam. Haben wir das verstanden? Ich hoffe schon. Esu Gibor, wer ist der Starke? Wer ist der Starke? Kann man denken, vielleicht jemanden mit 10 Kilo Muskeln, jemanden, der aufheben kann. Ja. Herkules. Ja. Das ist das, was wir im Alltag so denken. Das sind die starken Leute. Jemand, der mit einem Schlag jemanden niederschlagen kann. Und so weiter und so fort. Aber sagt uns da, Moment, das ist ein Fehler. Nicht derjenige, der jeden anderen besiegen kann. Nicht das ist der Starke. Stell dir vor, jetzt du hast so einen Herkules. Ja. Und er kommt und schlägt einen Sechsjährigen nieder. Kannst du ihn stark nennen? Idiot. Wie sollst du ihn nennen? Du legst ihn mit einem kleinen Kind an. Du, der Große, mit so einem kleinen Schwächling. Schwächling würde man ihn nennen. Ja. Das heißt, das ist nicht der Starke. Was ist denn der Starke? Jemand, der einen anderen besiegen kann. Nein. Sagt uns da ganz umgekehrt. Sondern derjenige, nicht die anderen. Derjenige, der sich selbst besiegen kann. Der jemand, der über sich selbst herrscht. Ui. Das ist der Starke. Warum? Weil Talmud, Sukkha, Seite 52, sagen unsere Weisen. Kola gadol mechavero. Yitzro gadol le meno. Jeder, der größer ist als der Nächste, so ist auch sein Trieb größer als er. Das bedeutet, je stärker du bist, desto größer ist auch dein Trieb. Denn jetzt und ihm zu besiegen, oh, das ist nachher die Kunst. Nicht jemand anderen zu besiegen. Sagt nur, besieg dich selbst. Ich habe euch damals erzählt über Napoleon, ja. Napoleon, in einem Krieg, schläft, er wacht auf, ist durstig. Will aufstehen, dann sagt er, Moment, Napoleon, du der Große, der so viele Länder erobert hat, ein Glas Wasser macht dich fertig. Du bist ein Schwächling. Und dann sagt er, Moment, aber es ist kalt. Vielleicht ist es deswegen, weil es kalt ist und nur, weil ich faul bin, um aufzustehen, sage ich das. Gibt es manchmal diese Homologie, ja. Weil du faul bist, dann sagst du, nein. Was hat er gemacht? Um sich selbst zu beweisen, dass er ein Mann ist, ist er aufgestanden, bis zum Brunnen gegangen, kalt in der Nacht, hat dort eine Runde gedreht, zurückgekehrt und wieder schlafen gegangen. Am nächsten Tag hat er seinen Soldaten erzählt. Das nennt man einen Mann. Seht ihr, ein Rabbin hat das gehört und hat gesagt, Napoleon, der Große Napoleon, zwei Kämpfe hat er gewonnen, aber im dritten ist er untergefallen. Was war der dritte Kampf? Wenn du das schon gemacht hast, warum musst du es weitererzählen? Sei ein richtiger Mann und mach dich nicht wichtig damit. Aber nein, er wollte es nur den anderen beibringen und nicht irgendeine Ehre. Also, sagt der Rabbin, er hat gesagt, im dritten Kampf hat er verloren. Ja, jetzt, derjenige, der sich selbst besiegen kann, der über sich selbst herrschen kann. Aber, gibt es noch eine andere Lehre, über welchen? Hakovesh et Yitzroh, der seinen Trieb, Kovesh, Kovesh ist, erobern, erobern, oder Kovesh ist, ähm, bändigen, nicht bändigen, sondern bedecken, Kovesh. Erobern. Erobern, ja. Es gibt manche, die meinen, was, über welchen Yitzroh, über welchen Trieb reden wir da? Steht nicht geschrieben, welche Yitzroh? Yitzroh, oder Erzähler, jeder von uns versteht, wer ist der Starke, der seinen, bösen Trieb besiegen kann. Das ist das, was die einfache Erklärung. Es steht zwar aber nicht geschrieben, welchen Trieb. Man könnte aber auch lernen, Ezu, Gibor, Hakovesh et Yitzroh. Wer ist der Starke? Das ist wieder, passt zu der Napoleon-Geschichte. Der seinen guten Trieb, erobern kann. Das heißt, du hast mit dem guten Trieb, irgendeine gute Mitzwa gemacht, gute Tat. Wer ist der Starke? Der den guten Trieb verstecken kann, nichts wichtig machen. Ich habe das gemacht. Ezu, Gibor, Hakovesh et Yitzroh hatof. Den guten Trieb, die guten Sachen, sich zu verbergen. Das ist der Starke, das ist eine andere Erklärung. Aber wir bleiben noch bei dem schlechten Trieb, ja, bei dem Yitzrara. Es steht nicht geschrieben, der vernichtet seinen Trieb, der tötet seinen Trieb. Haurege et Yitzroh, hame erbede et Yitzroh, ame vatele et Yitzroh, das steht nicht geschrieben. Sondern, hakovesh et Yitzroh. Kovech, das heißt, er lässt ihm, er lässt ihm sein. Er lässt ihm, aber nun, er herrscht über ihm. Denn, Yitzroh, was ist der Yitzroh? Der Trieb, auf Deutsch, Trieb, wiederum die Übersetzungen, ist ein bisschen schwer. Aber, Yitzroh, Trieb, das kommt vom Wort Yitzroh. Yitzroh, erschaffen, machen. Und, ohne den Yitzroh, gibt es auch keine Yitzroh. Das heißt, ohne den Trieb, der Trieb eigentlich, der Yitzroh, ist es was Gutes oder was Schlechtes? Der Mitrasch, den wir schon tausendmal schon zitiert haben, Vajar Hashem Elokim, vene, Tov me'od, sehr gut. Tov se Yitzroh, Tov me'od, Yitzroh, sehr gut, ist der Yitzroh. Warum sehr gut? Yitzroh vom Wort Yitzroh, machen, erschaffen. Denn, dank diesem Yitzroh, dank dem bösen Trieb, den wir haben, die Eifersucht, und hin und her, dank dem, dank dem Yitzroh, bauen Leute Häuser, heiraten Leute, bauen die Welt auf. Die Welt wird aufgebaut, dank diesem Yitzroh. Ohne den bösen Trieb, jeder hätte gelebt, im Dschungel, mit seinen, wäre alles schön in Ordnung, aber da, er ist gut, ich will besser sein, und ich will noch, und genau diese Yitzroh, kommt vom Wort Yitzroh, das heißt, der Yitzroh, der böse Trieb, ist doch etwas Gutes, ist doch etwas, was die Welt braucht. Der Talgur erzählt, zur Taseite 69b, in der Zeit von Ezra, Ezra zu fern, am Israel wollten, den bösen Trieb, von dem Götzendienst, wollten sie abschaffen. Bösen Trieb vom Götzendienst, damals, die Leute, sie waren süchtig, nach dem Götzendienst. Es gab einen Trieb, jetzt aber, Götzen zu dienen. Er sieht irgendwo, das muss sich dienen, und das heißt, es gab einen speziellen Ezra, und man hat gesehen, das geht nicht mehr so weiter. Die Leute, die waren schon verrückt, nach Ezra, was haben sie gemacht? Sie haben gebetet, gefastet, und haben, mit den Gebeten, haben den Ezra von dem Götzendienst abgeschaffen. Gibt es heute jemanden, der einen Drang hat, Götzen zu dienen? Gibt es nicht. Warum? Seit dem Zeitpunkt, die haben das abgeschafft. Die haben gesehen, oh, wir haben jetzt ein gutes Momentum, die Tore sind offen, es gibt noch einen anderen Ezra, den bösen Trieb, von Arayot, das heißt, die verbotenen, intime Beziehungen. Ezra mit den Augen, mit dem Angreifen, und so weiter, et cetera. Starken Ezra, vielleicht werden wir auch diesen Ezra vernichten. ist gekommen, der Prophet Zechariah, sagt ihm, macht das nicht. Ohne dem kann die Welt nicht existieren. Diesen Ezra, den braucht man, den braucht die Welt. Wenn ihr wollt, nehmt ihn als Geisel, nehmt ihn als Gefangene, und schaut, wie die Welt nachher ausschauen wird. Man hat ihn genommen, diesen Ezra, das heißt, spirituell, man hat diesen Trieb von dem Arayot, hat man genommen, und gebunden, für drei Tage geschlossen, es gab kein Ezra, kein Mann ist zu seiner Frau gekommen, und nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere. Und man hat gesucht, im ganzen Land, ein frisches Ei von einem Hahn, nicht gefunden. Gibt es keine Haaren, gibt es keine Eier, das heißt, es gibt keine Fortplastung, es gibt kein, kein, kein Leben mehr, deswegen, wir müssen ihn wieder freilassen, diesen Ezra. Aber bevor sie ihn freigelassen haben, sie haben ihn ein Auge niedergestochen, haben gesagt, dass er ein bisschen, zumindest, das schielt ein bisschen, und uns ein bisschen in Ruhe lässt, und damit haben sie gemacht, dass der Mensch nicht mehr den Drang hat, an seine Familienangehörige. Normalerweise, damals, das war so stark, dass sogar das drinnen war. Ja, heute, leider Gottes, wir hören in den Nachrichten, dass auch das schon nicht tief genug gemacht wurde, Fritzl und so weiter, kaparatavonot, vorrochumichaparabon. Das heißt, wir sehen, Ezra ist was Gutes, Ezra ist was Gutes, denn brauchen wir den Ezra. Ohne den Ezra gibt es die Welt kann nicht existieren. Und deswegen, Ezra brauchen wir. Sagt uns der Midrash, Vechi Ezra Tom Mehod Du sagst es, Ezra Tom Mehod ist? Ela, Sheilole Ezra ohne Ezra Lobanad am Bait, der Mensch wird kein Haus bauen und keine Frau heiraten, keine Kinder bringen und keine Geschäfte machen. Wieso? Für was? Er hat keinen bösen Trick, braucht er nicht. Und deswegen, und die Welt braucht auch den bösen Trick. Darum, wir sagen auch in Shema Israel. Wie sagen wir das? Und du sagst, du sagst Gott lieb mit deinem ganzen Herzen. Lewa Wacha eigentlich, in Ebräischen, liebcha deinem Herzen, liebcha mit einem Bait. Warum Lewa Wacha zwei Bait? Zehnen uns revisen, Talmud Barachot Zaita 54, Lewa Wacha Bechole Wacha Bishne Yetzarecha Mit beiden Triebe, sowohl mit den guten als auch mit dem bösen Trieb sollst du Gott dienen. Mit den guten Trieb ich verstehe, mit dem bösen Trieb wie? So wie wir gesagt haben. Auch mit dem bösen Trieb, auch von dem sollst du was lernen und auch mit dem sollst du Gott dienen. Das ist das, was der Talmud Barachot 21 sagt. Kin'at Sofren Tarbe Chochma Die Eifersucht der Gelehrten, sie bringt mehr Weisheit. Warum? Er hat ein Buch geschrieben. Ich werde auch ein Buch schreiben. Er kommt schon zum Schuh zweimal in der Woche. Bin ich schlechter wie er. Ich werde auch kommen zweimal in der Woche. Uh, er ist schon beim Rabbinatskurs. Ich werde auch versuchen ihn einzuholen. Und jeder, weil du siehst wie gut der andere ist, das ist eine gute Eifersucht. Man nennt das heute die weiße Eifersucht. Das ist gut. Das ist etwas Gutes. Du lernst von den anderen. Du willst auch so sein, so wie er. Das ist etwas Gutes. Und nicht so wie in den anderen Religionen, wo sie sagen, du sollst von der Welt nicht genießen. Der böse Trieb, all das ist Böses. Nein. Wir sagen das genau ins Gegenteil. Sowohl der gute als auch der böse Trieb, den brauchen wir beide. Und wir nutzen nur beide aus zu unserem Gottesdienst. Denn, der Talmud sagt uns, Kiddushin 54, nicht den Engel, sondern den Menschen, damit die Menschen diese Tora erfüllen können. Und als Beweis dafür sagt uns, damit werden wir beenden, Schenemar, Tov, und Moschel beruchom der Langmütige ist besser als der Starke. Und derjenige, der über sich selbst herrscht, ist besser als jemand, der eine Stadt erobert hat. Und wir haben geschrieben in Rabenu Bachye. Im Chobatele Wawod, er schreibt, es gab mal einen König, der einen großen Krieg gewonnen hat, besiegt hat. Und nachdem man macht eine Parade, stellen wir mal um, Parade, man macht eine Parade und dort mit allen Panzern und alle dort gehen und alle zeigen, und der König, seine Brust ist schon 20 Meter vorgegangen und ganz, ich bin derjenige, ich bin der Große. Ein alter weiser Mensch sagt ihm, lieber König, Sie haben zwar jetzt den einfachen Krieg besiegt, aber der große Kampf steht noch vor Ihnen. Welcher große Kampf? Diese Stadt haben Sie besiegt, eine sehr starke Stadt. Das ist noch ein kleiner Krieg gegenüber dem jetzt, ob Sie jetzt hochmütig sind oder Sie sagen, ja, Gott hat mir geholfen oder ob Sie über sich selbst auch herrschen können. Jemanden anderen besiegen ist einfacher, aber dich selbst zu besiegen, das ist die schwierige Sache und das, Gott soll uns helfen, jeden Einzelnen von uns, dass wir stark genug sind, um uns selbst zu besiegen, um unseren Trieb zum Gottesdienst zu lenken, dass wir den Jetzera nicht vernichten, dass wir den Jetzera nehmen, sowohl Jetzera als auch Jetzera und mit ihm nach Gott Dinen und Adem. Baruch Adonai in der Welt. Amen und Amen. Rabbi, Chan, Anja, von der Chashan.